Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Eine Zuschauerin hat in einem Kommentar geschrieben unter einem Video, wie ich denn so positiv sein könne in einer Zeit, in der alles so schrecklich ist. Und das fand ich ein unglaublich lustiger Kommentar. Ja, eigentlich nicht so lustig, auch nicht für die Zuschauerin. Aber natürlich gibt es für mich nur Grund, alles positiv zu sein. Und natürlich bedeutet das absolut nicht, dass ich keine Herausforderungen habe. Ganz im Gegenteil. Ich habe ganz große, sehr, sehr große Herausforderungen in meinem Leben. Einige schon gemeistert und ich habe auch gedacht, naja, jetzt machst du mal ein weniger herausforderndes Leben. Und schwuppdiwupp kommt die Herausforderung in mein Leben von außen, ohne dass ich das wollte, ohne auch, dass ich gesagt habe, ich will mich damit auseinandersetzen. Es kommt einfach. Der Schöpfer, Gott, sorgt für diese Herausforderungen. Immer dann, wenn er weiß, dass ich weiter wachsen kann. Immer dann, wenn ich weiß, dass ich wirklich in der positiven Energie bin und aus der positiven Energie heraus auch agiere, dann weiß er, so, da kann ich jetzt wieder eins draufsetzen, damit diejenige oder derjenige, damit die noch weiter wachsen können. Das ist ganz einfach. Das ist die Schule des Lebens. Und es gibt heute, an diesem Tag, wenn ich mich umschaue, und das gilt für jeden Einzelnen von euch, macht euch eine Liste. Es gibt heute, ich werde, ich wette, ich wette, dass ich mit jedem Einzelnen von euch eine Liste machen kann mit mindestens 100 tollen, unglaublich schönen Dingen in eurem Leben um euch herum mit den Menschen, die ihr lieb habt. Und dass ich dann, wenn ich diese Liste gemacht habe mit den 100 tollen Dingen, dass ich keine Sekunde mehr darüber nachdenke, dass alles so schrecklich ist. Denn ich stelle euch jetzt hier eine Frage. Was ist denn alles schrecklich? Was denn? Ja gut, jetzt werden einige sagen, ja, diese Energiegeschichte, es soll alles anders werden. Wir sollen andere, wir sollen anders unsere Häuser erwärmen. Das wird alles ganz viel Geld kosten. Da ist eine Auseinandersetzung in dem kleinen Land. Es gibt eine gigantisch große Veränderung, was das Wetter hier auf diesem Planeten anbetrifft. Das meint ihr, das meint die Zuschauerin mit Sicherheit und noch ein paar andere Dinge. Das ist doch nicht die Realität. Das ist die Realität, die uns gezeigt wird mit Hilfe von allen möglichen Nachrichten. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist in uns, in unserem Herzen. Ich kann rausgehen, ich schaue mir die Sonne an, die Bäume an, die wunderbaren Tiere an. Ich habe, haben wir schon oft gesagt, ein kuscheliges Bett. Ich habe ein wunderbares Kissen, ja. Ich habe mir ein neues Kissen gekauft. So ein tolles Kissen. Ich schlafe so gut. Ich habe einen Kleiderschrank, wo ich nicht nur ein Kleidungsstück habe, sondern ich habe sogar eine Auswahl. Ich habe so viel, so unglaublich viele Geschenke in meinem Leben, dass ich, ja, wenn ich einen Blumenstrauß bekomme, ihr wisst, ich bin nicht so der Fan von Blumensträuße, ab und zu bekomme ich aber trotzdem mal einen, weil mir die Blumen immer so leitung, wenn sie abgeschnitten werden, außer in der Natur vielleicht manchmal, wo ich mir ein Sträußchen selber zusammenstelle. Aber dann habe ich nicht die Auswahl aus einer Vase. Nein, dann habe ich mehrere zur Auswahl. Ich habe nicht nur einen Löffel und ein Messer. Ich habe ein ganzes komplettes Besteckset. Ich habe nicht nur einen Topf. Ich habe ein komplettes Set mit Töpfen. Ach, ich kann so weitergehen. Ich kann so weitermachen. Ich habe einen wunderbaren Esstisch. Nein, nicht ein wackeliges kleines Holztischchen, sondern einen wunderbaren Tisch. Ich habe einen Fernseher und ich habe ein Radio. Auch das ist ein Geschenk. Ich habe Licht. Ich drücke auf den Knopf. Licht geht an. Ich drücke auf den Knopf oder drehe einen Hebel. Die Dusche geht an. Da kommt das Wasser raus. Das herrlich warme Wasser. Und, 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 und. Ich kann euch so hier, wie gesagt, 100. Ich kann euch sogar 1000 Sachen aufzählen. Heute und hier die, ja, die dafür sorgen, dass ich positiv bin. Es ist nicht alles schrecklich. Zu sagen, es ist alles schrecklich, ist eigentlich eine Beleidigung für den Schöpfer. Und es stimmt nicht einmal, weil es ist nicht alles schrecklich. Ja, natürlich. Es gibt ein paar Dinge, die sind vielleicht sogar schrecklich. Vielleicht auch einfach nur nicht so schön. Aber bis jetzt habe ich ja auch das ganz große Glück, dass ich womöglich gar nicht Teil dieser Geschichte sein muss. Ja, dass ich ganz woanders lebe. Und außerdem, und da sind wir wieder bei dem Thema Nachrichten, was ist richtig und was ist falsch? Was ist wahr und was ist nicht wahr? Ja, diese Auseinandersetzung dauert jetzt schon eine ganze Zeit. Und womöglich wird sie auch noch eine ganze Zeit dauern. Und es geht auf beiden Seiten, ich möchte jetzt überhaupt nicht jemanden in Schutz nehmen oder sagen, der ist besser, der ist schlechter. Es geht auf beiden Seiten um gigantisch große Interessen. Und statt euch diese Informationen aus den Nachrichten zu holen, haben wir ja jetzt das ganz große Glück in Deutschland, auch in den Niederlanden, dass wir Menschen, die aus diesem Land weggegangen sind, dass die bei uns unter uns leben. Vor allen Dingen viele Frauen, ja. Und ich unterhalte mich mit diesen Frauen. Und dann bekomme ich ein vollkommen anderes Bild über die Geschichte, die sich dort abspielt. Ein vollkommen anderes Bild. Also nehmt diese Gelegenheit wahr, nutzt sie und unterhaltet euch mit den Menschen, die von da kommen. Mit den sogenannten Zeitzeugen. Mit den Menschen, die jetzt hier leben und die mir sagen, Nein, ich bin da weggegangen wegen meiner eigenen Regierung, die nicht so ist, wie man euch hier erzählt. Das sind die Geschichten. Das sind die Herausforderungen. Macht es, redet, seht. Wie gesagt, egal welche Herausforderungen ich habe, egal was passiert hier auf dieser Erde. Es sind immer zwei Seiten. Und nicht alles ist schrecklich. Ganz im Gegenteil. Alles ist wunderbar. Wir leben auf einem Planeten, der ist traumhaft. Traumhaft. Auch wenn man uns jeden Tag versucht, etwas anderes zu erzählen. Der Planet ist traumhaft. Und den sollten wir auch schützen. Und alle Tiere sind traumhaft. Die sollten wir schützen. Menschen sind traumhaft. Wir sollten sie schützen. Klar. Aber manche sind vielleicht positiver oder negativer. Manche sind vielleicht auch nicht so, wie wir denken, dass ein guter Mensch zu sein hat. Aber wir kennen doch gar nicht die Details hinter dieser ganzen Geschichte. Und ich bin Journalistin. Das heißt also, alles, was ich in den Nachrichten höre, kann ich interpretieren. Ich lese zwischen den Zeilen. Und wenn ich Nachrichten mir anhöre oder lese, ich ärgere mich jede Sekunde über eine Nachricht. Wirklich. Weil da so viel hineininterpretiert wird. So viel hineininterpretiert wird. Wenn ich einen anderen Menschen in einem Satz einen Despoten nenne. Ja, dieser Satz. Dieses Wort wird benutzt in Nachrichten. Haben natürlich in Nachrichten nicht zu suchen, weil es ist eine Meinung. Es ist immer eine Meinung. Ich kann sagen, ja, ich bin ein Dispot. Oder auch nicht. Es ist eine Meinung. Und ich benutze diese Meinung. Und eigentlich ist es auch eine Beleidigung. Es ist ein Vorverurteilen. Es ist Negativität pur. Negativität pur. Es ist eine Vorverurteilung. Es ist eine Meinung. Es ist ein Verurteil in eines Menschen. Und für den Menschen ist es nicht schlecht. Weil der bekommt ganz viel positive Energie. Wenn ich jemanden beleidige, bekomme ich, also die Person, die die Beleidigung ausspricht, ganz viel negative Energie. Ich kreiere damit im Universum sehr viel negative Energie. Aber die Person, die ich damit beleidigen möchte, die bekommt sehr viel positive Energie. Das ist der Schutz. Das ist die Schutzwand. So funktioniert Energie. Ja? Das ist auch Magnete. Habt ihr schon mal Magnete gesehen? Das heißt, ohne darüber nachzudenken, Journalisten benutzen bestimmte Worte. Sie wissen überhaupt nicht, was das für sie bedeutet, weil sie sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Weil sie sich nicht mit ihrem Leben, mit ihrem Bewusstsein auch auseinandersetzen. Ganz viele Menschen von unter uns leben sehr unbewusst. Sind sich nicht darüber bewusst, was sie für sich selbst, für ihr eigenes Leben kreieren, wenn sie so negativ, also aus dieser Negativität heraushandeln. Wenn sie das tun. Wir tun so vieles, Filmtitel, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn wir wissen nicht, was wir tun. Wir tun zu viele Dinge unbewusst. Und das ist ein riesen, riesen, das ist eine riesen, riesengroße Geschichte. Es ist nicht alles schrecklich. Diesen Satz zu schreiben, in einer Zeit, in der alles schrecklich ist. Nein, es ist es nicht. Guckt raus. Guckt um euch herum. Es ist schön. Das Leben ist schön. Und es gibt ein paar kleine Herausforderungen. Und es gibt auch ein paar große Herausforderungen. Und die meistern wir. Wie gesagt, ich bekomme jedes Mal wieder neue Herausforderungen. Und dann denke ich, habe ich nicht gewollt. Aber sie kommen. Warum kommen sie? Nicht, um mich zu ärgern. Nein. Weil der Schöpfer weiß, ich kann das verkraften. Ich kann das verkraften. Ich muss das sogar verkraften. Er will, dass ich das verkrafte. Er, sie, es will, dass ich das verkrafte, damit ich daraus wachsen kann. Damit ich noch, ja, vielleicht sogar noch interessantere Videos machen kann. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.